ja was geht leute beinahe beim neuen video hier ist der LP mit Mike und heute informiere ich euch dass der neue Starter Pack Skin da ist leute für 4,99 wir werden uns das ganze mal angucken das wird noch nicht angezeigt rechts aber ich erkläre euch gleich wie ihr den schon vorzeitig bekommen könnt also das werden noch nicht so viele haben den Skin dann das ist das gute ihr könnt denn einer der ersten die es gekauft hat sein so wir werden jetzt gleich bekommen so 600 V-Bucks haben wir auch schon bekommen Jungs so wir werden mal jetzt aufs Bindi gehen so da ist er doch zack zack da ist er Jungs hier ist er so sieht sie aus meiner Meinung finde ich die ganz schön fresh also ja der sieht eigentlich sehr nice aus dazu gibt es auch noch ein Dings Palettenpark oh das sieht auch nice aus also auf jeden fall und 600 V-Bucks gibt es dazu das ganze gibt es noch nicht hier so jetzt erkläre ich euch aber wie ihr den Skin bekommen könnt das ganze ist ganz einfach ihr drückt jetzt eure Playstation Taste das kann ich jetzt nicht machen geht in den Play Store also in den Store rein Playstation Store gibt in der Suchliste Fortnite ein und dann erscheint dieses Paket und ihr könnt es ganz simpel kaufen sollte es nicht angezeigt werden im Spiel startet bitte das Spiel neu komplett neue Anwendung schließen und neu dann bekommt ihr den Skin also wie auf jeden Fall das war's mit dem Video haut da rein und tschau tschau tschau